Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video im neuen Jahr. Ich wünsche euch als allererstes alles, alles, alles Gute für 2021. Bleibt gesund und munde und ja, mal gucken, ob die kleine Katze heute wieder mit aufs Video möchte, weil die springt schon die ganze Zeit hier rum. So, ich habe ein paar Kleinigkeiten vorbereitet und ich wollte mal heute ein Video mit Schleim machen. Also die Packung ist auch noch verschlossen. Ich glaube, es wird nichts, weil der sehr, 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 sehr flüssig ist. Aber wir gucken mal. Also meine Finger sehen mittlerweile auch aus wie Hund. Meh und Schwerkänker ist der Glaube sehr, 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 sehr flüssig. Aber nein, wir gucken mal, was passiert. Also, wir gucken mal, was passiert. Ich glaube, die kleine Katze. Besieht schon die Hörschen. Ich glaube, die will zu dem Mal der Star im Video sein. So, ich mache das jetzt mal hier auf. Das sieht ja aus wie Marmelade. Also, ich glaube, das ist agerflüssig. Das sieht aus wie so eine Liebe. Ich glaube, das ist schon sehr, 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 sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe gerade, das passt so ein bisschen zu meinem Hobby-Teil. Als hätte ich extra dafür ausgewählt, das ist aber zu voll. Ich habe die kleine Katze, das sitzt unten, wenn sie am Tor. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Ich sehe gerade, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Und in der Seite, das ist aber auch ein bisschen zu machen. Das ist aber auch ein bisschen zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Aufgrund des Ekelfaktors habe ich mich doch dann für eine Küchenrolle entschieden und nicht für eine leere Klorolle. Das war's für heute. 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 Ja, super. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.